Willkommen in Brasilien. Ich kann selber nicht glauben, dass ich hier bin. Rio de Janeiro, Copa Gabbana Beach, Caipirinha. Das sind alles Begriffe, die man kennt. Rio hat noch sehr, 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 sehr viel mehr. Hier gibt es super Essen. Nette, warmherzige Menschen. Die Stadt ist ein lebendiger Betondschungel. Es ist wirklich krass. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, wir werden heute Burger essen gehen. Wir sind nicht alleine, wir haben noch Verstärkung. Lukas ist auch am Start. Er befindet sich gerade hinter mir im Starbucks und holt noch ein bisschen Kaffee für uns. Viel Spaß in diesem Video. Peace, Freunde, was geht. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Randy G. Wie geht's, wie steht's? Sehr gut. Wie ist der Trip bis jetzt, Bro? Sehr gut. Let's go, bist du bereit, Burger zu essen? Sehr gut. Hast du schon gesagt, wo wir hingehen? Ich habe noch nicht den Namen genannt, aber es wird lecker. Ich habe dir noch nicht mal gesagt, wo es hingeht. Diese ganze Stadt hat schon wirklich so, ist faustdick hinter den Ohren, wenn man das so sagen kann. Faustdick hinter den Ohren trifft es auf jeden Fall ganz gut. Ja, aber da kommen wir noch später näher zu. Nein, kommen wir nicht, Digga. Ja, Freunde, die Stadt lebt. Palmen, Strand. Rechts von uns befindet sich der Zuckerhut. Vor mir befindet sich der Strand. Es ist eine lebendige Stadt. Schaut euch das an. Menschen überall. Wir können uns auf der Vollständigkeit halber einen dieser traditionellen brasilianischen Drinks holen am Strand. Wie kennst du die? Wie heißen die denn? Ich weiß nicht, aber es fängt, glaube ich, mit C an oder so. Ah, Capri-Sonne. Warum ist heute so viel los? Ist es Samstag? Ja, es ist auf jeden Fall wirklich beeindruckend. Es hat diesen Promenadeneffekt. Die Leute sind warmherzig, wirklich warmherzige Menschen. Natürlich. Ja, Freunde, wir gehen doch runter an den Beach, um den Vibe aufzukriegen. Das müssen wir uns schon mal machen. Dann schauen wir mal. Schaut es euch an. Wow. Schon beeindruckend, auch, so etwas zu sehen, oder? Ja, man muss schon hier gewesen sein. Einer der berühmtesten Strände der ganzen Welt. Die Leute spielen Volleyball. Die Leute urlauben. Ich glaube auch gar nicht, dass es überladen ist mit Tourismus so. Wie kommst du her? Es ist Freitag. Die ersten Caipis werden gezündet. Die Leute haben gute Laune, kommen raus, Volleyball spielen, tanzen, sind gut raus. So eine Outdoor-Party einfach, oder so eine Pre-Party. Willkommen in Rio de Janeiro, Leute. Willkommen in Rio de Janeiro, Leute. Alimao, Alimao? Caipirinha. Du kannst es nicht. Normal, klar. Drei Kühlboxen mit Früchten, wahrscheinlich Flaschen und Mischgetränken. Und dann hast du einen Laden. Freunde, ihr seht es. Es ist Geschwindigkeit. Man muss sich dem Rhythmus anpassen. Du gehst, bestellst, trinkst, beitert. Lass mal ein bisschen in eine ruhigere Gegend gehen. Saoudi. Die sind nicht zu unterschätzen auf jeden Fall. Einfach mal ein halber Liter. Halber Liter Caipirinha heißt auch halber Liter pure Alkohol. Caipirinha, wie wird der gemacht? Du hast es mir erklärt. Ja, die Limetten werden so zerstammt, dann kommt Zucker, Rohrzucker drauf und dann Eis und mit Alkohol aufgegossen. Also es ist fast pure Alkohol eigentlich. Es ist auf jeden Fall der Endgegner unter den Cocktails. Man muss sich schon bewusst sein, wie viel man trinkt. Weil das ist echt zu unterschätzen. In Deutschland oder im europäischen Raum sind diese Cocktails nicht mal annähernd so stark. So sehr das nach Party aussieht und alles, die Leute sind hier sehr, also die machen... Das hat schon was sehr Natürliches. Ja, genau. Und ich sag mal, für den Touristen, die werden das niemals so verstehen, wie die, die hier aufgewachsen sind, glaube ich. Weil ich könnte hier nicht wirklich... Ja, natürlich könnte man hier leben, aber ach egal, Dinger, das ist egal. Und jetzt kommt auch der erste Moment wirklich für uns. Auch off-camera waren wir noch nicht. Den kleinen Zeh ins Wasser stecken. Oh mein Gott! Einer geht baden. Das Wasser ist auch sehr, sehr warm eigentlich, oder? Ich finde es, dass es nicht mal wirklich sonnig ist. Nein, nein. Also das ist schon wirklich eine nice, nice area. Da hinten der Zuckerhut. Schaut mal wie nah. So nah war ich persönlich noch nicht mal. Sieht man das? Wow! So, genug von der kulturellen Bildung. Jetzt machen wir uns langsam ans Eingemachte und werden mal wieder zusammen mit euch lecker Burger essen. So, wir befinden uns vor BDE Burger oder B, DE Burger. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber der Laden hat einen netten Vibe. Sieht cool aus von außen und macht auch, ich persönlich finde, auch was her. Dieser schöne Baum davor, guck mal, als ob er da mit Absicht hingepflanzt wurde. Cooler Laden einfach. Und auf, als ich den Laden abgecheckt habe, ich habe nur diese Bank gesehen und habe mir gedacht, das ist ein Vibe so. Du isst Burger, weißt du, wie ich mein? Es ist ein Vibe, ja. Auch überhaupt in diesem Haus drin gucken. Ja, ja. Stell dir vor, du wohnst da oben, gehst jeden Morgen runter, ziehst du so einen Burger rein. Warum schweißt du, oder? Bro, Schuhe anziehen, weißt du, wie hart das war? Was machen wir? Für Youtube. Für Youtube. Für Youtube. Für Youtube. Für Chancelbox. Ähm, kinder, food, traveling. Okay. Where are you from? Austria, Germany. Okay. Where are you from? I'm from the US. Ah, nice. Where exactly? In Florida, New York. I'm from where? Florida, D.C. We go to Miami tomorrow. Okay, cool. Ja. Also, ich sag mal, eine vielfältige Auswahl, wenn ich es richtig verstehe, gibt es von normalen Burgern, dem traditionellen Burger, mit etwas dickerem Patty und halt einfach nicht gesmasht. Rio Style ist so, du hast ein fettes Patty, schönes Fleisch, schön fettig, wirklich beste Fleischqualität. Ich kann's nur nochmal sagen, ich hab hier die besten Burger meines Lebens gegessen, unübertrieben. Und Leute, wenn er das sogar sagt, der schon deutlich mehr Burger und mehr Fleisch gegessen hat, ich sag's euch, es wird nicht zu viel versprochen. Rio hat einfach alles bisher dagewesene, außer vielleicht White Manor in New Jersey, auseinandergenommen. Auseinander, auseinandergenommen. Also, das Menü ist, ich sag mal, die offizielle Karte, die man physisch in die Hand nehmen kann. Physisch in die... Ein Beet Burger. Einer French Fry. Ja. Einer Nummer 2. Ja? Das muss ich. Okay, ich mache. Cola Zero. Dua. Dues Cockas Zero. Dues Cockas Zero. Dues Cockas Zero. Dues Cockas Zero. Saoji. Die Pommes werden schonmal gebracht vor den Burgern. Weiß ich nicht. Wo sind die Burgern? Ich hab's gerade das gleiche gesagt. Wo sind die Burgers? Burgers Importanto. Wir müssen einmal schauen, ob die Pommes gut sind. Das ist die wichtigste Beilage nach dem Bier. Wir haben hier auf jeden Fall die geriffelte Edition. Wie bei Check Check. Die sind besser als erwartet. Echt? Ja. Ich dachte, die sind so ein bisschen wack, so ein bisschen lechig, so ein bisschen nothing special. Aber sobald sie deinen Mund gerühren, hast du wieder diese Salz. Wir haben es irgendwie geschafft, so eine Salzmethode zu entwerfen, wo einfach gefühlt das ganze Pommes voller Salz ist. Du hast nicht so diese groben Körner an den Pommes, sondern gefühlt das Pommes einfach so eist mit Salz. Das klingt ein bisschen glücklich, wenn man das so erklärt, aber es ist einfach Pudersalz, oder? Ja. So stelle ich es mir vor. Freunde, auch die Salaten. Super cool gemacht. Die Frau steht vor ihrer Theke, so gesagt, wo Salat, Zwiebeln, Tomaten, Käse, allerlei Sachen, die einfach auf einem Burger gehören. Die einen Muss sind für einen guten Burger. Und jeden Mann kann zu grillen. Die haben einen eigenen entworfenen Toaster mit so einem Laufband, wo sie die Bands reinwerfen. Arbeiten sehr sauber. Auch die Personen, die hier arbeiten. So einfach. Ich weiß nicht, ob es diesen Begriff gibt, aber ich würde sie Burger Rister nennen. Okay. Wow. Wie ihr sehen könnt, drei wunderschöne Slider, weiche Bun. Und alle drei in einer verschiedenen Edition. Dann haben wir den Krass zum Cheeseburger mit Cheddar. Dann haben wir ein Special mit einem Zwiebelring. Und wir haben diesen California Burger mit Salat und weißem Käse. Oh mein Gott. Und dann noch zwei eingepackte Burger. Lasst euch überraschen. Why, why, why? Ich schwöre, ich hätte es nicht besser erklären können. Krass. Ich wäre nicht drauf gekommen, dass das ein California Burger ist. Als California Burger bezeichne ich immer die Burger, die so ein bisschen stundensatt irgendwo Salat und Zwiebeln drauf haben. Und dann halt so vom Style ein bisschen süßlicher sind die karamellisierten Zwiebeln. An New York Burger ist so für mich ein bisschen dickeres Patty, klassisch. Wobei ich mir aber wirklich sicher bin. Ich habe auch im Intro gesagt, ohne dass ich jetzt wusste, ob der Burger krass ist. Nachdem wir auch eine Burgertour mit dir gedreht haben schon. Auf die ihr euch auch wirklich freuen könnt. Die wird auch abreißen. Das hier gefühlt jeder Burgerladen hart überzeugt, oder? Guck mal, wir haben so eine Touri-Bar bei uns beim Airbnb. Ja. Die sind so 200 Meter, 300 Meter wirklich eine Touri-Touri-Bar. Ja. Aber selbst dort war der Burger geil. Schauen wir mal, was die Sliders so können. Freunde, das Bun, das spüre ich jetzt schon. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es hat schon so diesen feuchten, ein bisschen schweren Eindruck. Ich will aber auch nicht zu viel sagen. Wir schauen mal kurz rein. Das ist karamellisierte Zwiebeln und normale Mayonnaise. Ah, okay. Cheddar Cheese, Patty, simple gehalten. Ich will es nicht übertreiben. Der Burger ist gut, aber ich persönlich bin nicht der größte Fan vom Brot. Das Brot hat schon eine sehr, sehr trockene Eigenschaft. Also, man merkt das Brot ein bisschen zu heftig für mich. Aber ich würde sagen... Es ist doch zu brotig. Kann es sein? Ja, genau, brotig. Aber es ist schon, ich sag mal, es ist trotzdem, Bro, das Fleisch schon wieder. Du wirst es gleich merken. Das Fleisch, diese Würzmischung, ich weiß nicht, was hier abgeht. Das Fleisch ist trotzdem präsenter als das Brot, aber das Brot ist auch sehr präsent. Ei, 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 ei. California, ha? Wie schön die da auch drin liegen, ne? Ei, ei, ei. Käse Edge. Wow. Schön zusammenpressen. Guck mal hier auf. Ich habe eine andere Soße als du, die ist so ein bisschen roter. Genau wie du es gesagt hast. Ich finde, das Brot ist jetzt nichts allerbeste. So, es ist ein bisschen bröselig. Ja, genau. Aber egal, wie schlecht der Burger konzipiert ist, was bei diesen Burgern immer knallt, ist der Fleischbiss. Ich glaube auch, dass der zum Beispiel durch die Tomaten, durch den Salat nochmal ein bisschen mehr Feuchtigkeit hat. Das haben wir schon mit einbereitet. Das Verhältnis hat auf jeden Fall gestimmt. Trotzdem ist das Brot ein bisschen gröselig so. Der Mann, Deb. Ja, Mann. Wie geht's, Bro? Ich bin gut. Ich bin Diego, ich bin Fotografer. Ich lebe hier in Rio. Und, du weißt, ich habe alle Mehl in Rio. Und jetzt kommen wir zu den Burgern. Die Burgern machen wirklich einen guten Look. Das Bun ist auf jeden Fall schon mal softer. Ich habe den Smashed Burger so gesagt. Und Lukas hat den? Den normalen Burger. Den klassischen Cheeseburger. Ihr seht. Der normale, klassische Cheeseburger. Man sieht die Soße, man sieht den Cheddar, man sieht diesen Brioche-Spann. So ein bisschen weicher, so ein bisschen fetter, so ein bisschen runder. Im Vergleich zu diesem Burger einfach ein bisschen simpler und smashed komplett. Das war wortwörtlich Smashed. Ja, Mann. Das Patty wirklich flach gedrückt. Okay? Ich liebe es auch persönlich, wenn das Patty so einen Zentimeter ungefähr aus dem Bahn rausschaut, sodass man schon mal weiß, was abgeht. Cheers, Brody. Saoji. 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 Schon wieder gut. Sei ehrlich, die Sauergurken. Das ist Fleisch. Und ich muss jetzt auch sagen, ich habe glaube ich die gleiche rote Soße, die du vorher auf dem Slider hattest. Die Soße ist gut, die Sauergurken genau richtig, das Brot, ich muss ehrlich sagen, ich liebe es. Hier ist natürlich auch eine trockene Passage, fällt aber nicht auf durch die Menge, was da alles drin ist. Bei mir auch, muss ich sagen. Ich würde nicht sagen, dass es der beste ist, den wir in Rio gegessen haben, aber der Burger ist stark. Der Bahn ist auf jeden Fall wesentlich weicher als die von den Slidern. Und ihr könnt sehen, obwohl wir jetzt hier 10-20 Minuten Thumbnail und alles drum und dran gemacht haben, der ist immer noch Medium, der Burger. Und der ist einfach super gebraten. Die wissen einfach, wie man grillt hier. Das Fleisch ist einfach ein Freund. Also der ist jetzt technisch betrachtet von allen anderen Zutaten drum herum, jetzt eher nicht so gut wie die, die wir hatten, mit Bann und Käse und allem drum und dran. Aber dadurch, dass das Fleisch so gut ist, macht das alles wieder weg. Und das bist du einfach nicht gewöhnt auf Österreich, Deutschland oder so. Es gibt auch viele Burgerläden in Deutschland, wo ich schon war, die gar nicht die Frage stellen, wie willst du dein Fleisch haben? Gut bist der Brät. Gibt es dir? So viel, Mann. Was denkst du von 0 bis 10? 10 ist perfekt. 0 ist... so schlecht wie eine Michael-Jackson-Song. 80. 80. 80? 80. Alle Sachen haben bis jetzt die Erwartungen übertroffen. Denkst du so, ah nee, was kommt da gerade so? Ja, Mann, ja, Mann. Und denkst so, ja, das sieht ein bisschen, okay, es wird irgendwas sein. Und dann beißt du rein und denkst, was geht? Danke fürs Einschalten. Es hat wieder mal übertrieben Spaß gemacht. Danke dir, Bro. Kuss geht drauf. Rio de Janeiro, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Burger hier, Fleisch, alles. Die Qualität ist einfach auf einem anderen Level. Muss man ehrlich sagen. Falls ihr euch weiterhin für andere... Und ja, falls ihr eine größere... Nein! Nicht falls ihr, Mann! Und freut euch natürlich auch auf die Burger-Tour, auf Lucasheim-Kanal. Dort auch gerne vorbeischauen, abonnieren, kommentieren, liken und subscriben. Obrigado! Mit Kaipirinha, ein bisschen schwer zu sagen. To speak. To speak, ja. Du brauchst zwei mehr. To speak better.